Mein Name ist Dennis Kiral, bin 14 Jahre alt und spiele auf der Position 6. Mein Vorbild ist Frankie de Jong und mit dem FC Barcelona spiele ich im FIFA. Meine bisherigen Vereine sind der TSV Wallendorf und die SG Sonnenhof Großasbach. Meine persönlichen Ziele sind, mich jeden Tag weiterzuentwickeln. Meine Ziele mit der Mannschaft sind, eine gute Vor- und Rückrunde zu spielen.